Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute bin ich auf die Feste Wachsenburg gefahren. Sie liegt in Thüringen und gehört zu den drei gleichen ist eine mittelalterliche Gipfelburg. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allen Dingen erfahrt ihr heute viel, viel Spannendes über den Folterkeller. Westlich von Erfurt im Vorland des Thüringer Waldes ragen ziemlich dicht beieinander drei Bergkegel empor, die von Burgen gekrönt sind und im Volksmund die drei gleichen genannt werden, trotzdem sie weder das gleiche Aussehen, den gleichen Besitzer noch die gleiche Entfernung voneinander hatten. Der Name Gleichen ist auch nicht von dem Geschlecht der Grafen von Gleichen, die auf dem Wanderslebener Schlosse saßen und als Schutzwöchte der Stadt Erfurt über ein Jahrhundert das mächtigste Adelsgeschlecht waren. Ohne Zweifel hat die bekannte Sage von dem zwei beweibten Grafen sehr viel zur Verbreitung des Namens beigetragen, dazu aber später mehr. Der Name ist viel älter. Als 1162 ein Graf von Tonner mit der Burg Gleichen belehnt wurde, nannte sich sein Geschlecht nach dem neuen Besitz von Gleichen. Wie dieser Begriff Dreigleichen entstanden ist, kann man nicht mehr sagen. Nur eine mystische Sage berichtet, dass am 31. Mai 1230 ein so grausames Wetterleuchten, Donnern und Blitzen da war, wovon die Türme auf den Häusern Wachsenburg, Mühlberg und gleichen entzündet wurden und zugleich auf einmal brannten. Für die vom Aberglauben beherrschten Menschen jener Jahrhunderte war es gewiss ein einmaliges Naturschauspiel, das umliegende Land von drei riesigen Fackeln erleuchtet zu sehen. Es ist nicht bekannt, wann die Wachsenburg gegründet wurde, dennoch kann angenommen werden, dass bereits um 900 auf dem Wasserberge, was so viel wie steiler Berg bedeutet, eine Burg gestanden hat. Sie bildete den Verwaltungsmittelpunkt für die in dieser Gegend gelegenen Ländereien des Klosters Hersfeld und garantierte nicht nur den Schutz des Klosterbesitzes vor den Übergriffen der Raubritter, sondern die eingesetzten Vögte sorgten auch dafür, dass die Abgaben pünktlich eingetrieben und an das Kloster weitergeleitet wurden. Unter den Grafen von Käfernburg, den Grafen von Orlamünde und seit 1306 im Besitz der Grafen von Schwarzburg erlebte die Wachsenburg ihre Blütezeit. Hier betreten wir den Zwinger. Eindrucksvoll erhebt sich der Palas. Dessen Außenmauerwerk verjüngt sich vom Kellergeschoss bis zum zweiten Obergeschoss um mehrere Meter. Im Hochmittelalter und der beginnenden Neuzeit dienten diese Kellerräume als Marschstall. Hier waren die Pferde untergebracht, die als Lastentiere bei einem solch steilen Weg zur Burg hinauf unverzichtbar waren. Seit mehr als 200 Jahren öffnet sich nun wieder die alte Eichenholztür zu den Folterräumen. Der fahrbare Käfig aus dem 19. Jahrhundert, mit dem die Beschuldigten transportiert wurden, wird besonders aus dieser Zeit erwähnt. Der wuchtige und quadratische Treppenturm steht mit dem Mauerwerk des Palas aus der Mitte des 13. Jahrhunderts in Verbindung. Es handelt sich um eines der wenigen erhaltenen hochmittelalterlichen Treppenhäuser. Wir betreten nun den Gerichtssaal. Hier fanden die Gerichtsverhandlungen statt. Nach Anklage, Urgericht und Richterspruch bedeutete die Hinrichtung die eindrucksvolle Urteilsvorstreckung. Sie war im Mittelalter öffentlich und ein Schauspiel für das Volk. Hinrichtungsprotokolle mit zerbrochenen Urteilsstab als Zeichen für die Gültigkeit des Todesurteils gab es noch im Jahr 1811. Mit dem Stabbrechen wurde ein Strafverfahren mit Todesurteil symbolisch zum Abschluss gebracht. Das große, alte Eisenkreuz an der Wand weist darauf hin, dass alles in Gottes Namen passierte. Die Streckbank war in Europa vom Mittelalter bis zum beginnenden 19. Jahrhundert im Gebrauch. In deutschsprachigen Gebieten war mit dem Begriff Folter meistens die Folterbank gemeint. Ein Folterinstrument, das zur peinlichen Befragung gehörte und als ein Mittel zur Wahrheitsfindung der Rechtsprechung galt. Der größte Raum aus der ältesten Zeit der Burg ist der Folterkeller. Die Mächtigkeit der Außenmauern beträgt fast vier Meter, was man sehr gut durch die in der Wand befindlichen Öffnungen mit Eisengittern erkennen kann. Folter im Mittelalter bedeutete, die Folter darf nicht mit Bestrafung gleichgesetzt werden. So diente sie in der Regel der Beschaffung von Informationen und dem Entlocken von Geständnissen. Man vertrat die Meinung, dass es ein notwendiges Mittel zur Erforschung der Wahrheit sei und Gott den Unschuldigen Kraft verleihen würde, die Qual ohne Geständnis zu überstehen. Die Folter stellte einen wesentlichen Bestandteil der Hexenprozesse dar. Legte der Verdächtige kein Geständnis ab, so wurde die eiserne Jungfrau immer enger geschlossen, so dass die Spieße den Eingesperrten an verschiedenen Körperteilen durchstachen. Allerdings soll es sich nicht um ein grausames Tötungsinstrument, sondern um einen Schandmandel gehandelt haben. Zur Vernehmung wurde der Angeklagte auf diesen Stuhl, den sogenannten Befragungsstuhl, gesetzt, der komplett mit spitzen Dornen übersät ist. Auch die Fesseln, mit denen der Angeklagte festgebunden wurde, haben an den Innenseiten Stacheln. Hier sieht man einen Wasserschacht im Boden, der bis zu 100 Zentimeter tief und mit für das Auge klarem Wasser gefüllt ist. Aller Vermutung nach handelt es sich hier um Tagwasser aus dem inneren Burghof, welches infolge einer undurchlässigen Schicht festgehalten wurde. Im Volksmund und in früheren Beschreibungen wurde er als Hungerbrunnen bezeichnet. Er war bis zum Bau des neuen Brunnens 1645 die einzige Frischwasserversorgung auf der Burg. Das spitz in die Höhe gehende Gebäude, unter dem sich die sogenannten Kassematten befanden, diente dazu, die Burgmannschaft und Munition vor Bomben zu sichern. Im Treppenturm sind steinernde Kugeln vermauert. Sie stammen von der Belagerung 1451. Im Jahr 1227 schloss sich Ernst von Gleichen einem Kreuz zu Kaiser Friedrich II. an, um das heilige Land von der Besetzung der Mohamedaner zu befreien. Auf dem Gebiet der Türkei geriet Graf Ernst mit seinen Begleitern in einen Hinterhalt und wurde gefangen genommen. Da er seine Herkunft verheimlichte, musste er einige Jahre schwere Feld- und Gartenarbeit auf den Besitzungen des Sultans verrichten. Melech Salah, die hübsche Tochter des Sultans, hatte Gefallen an ihm gefunden. Der Knappe des Grafen verriet bei einer passenden Gelegenheit der Sultans Tochter Herkunft und Stand seines Herren. Eines Nachts hatte der Graf einen seltsamen Traum und für ihn gab es keinen Zweifel, dass seine eigentliche geliebte Frau Ottilia aus Gram und Sorge um ihn gestorben sei. Da er sich nun wieder frei und ungebunden glaubte, wuchs seine Zuneigung zur Sultans Tochter. Melech Salah bedrängte den Grafen immer häufiger, ihr Gemahl zu werden. Und schließlich bereiteten sie heimlich die Flucht vor. Ein jüdischer Kaufmann versteckte die Flüchtenden in einen großen Kräuterballen und brachte sie auf ein Handelsschiff. Als das Schiff dann schließlich nach vielen Tagen ankam, erfuhr Graf Ernst, dass seine rechtmäßige Gemahlin noch am Leben sei und überall nach ihm suchen ließ. Sie reisten nun auf dem kürzesten Wege nach Rom zum Papst und Graf Ernst berichtete von seinem Schicksal und seinem Traum und bat ihn um eine Zweitehe mit der Prinzessin Melech Salah. Der Papst willigte schließlich ein. Die Sultans Tochter musste dem Islam abschwören und einen neuen Namen annehmen. Nun ging die Reise der Thüringer Heimat entgegen. Dem Grafen klopfte das Herz bis zum Halse. Seine angetraute Gattin Ottilia war von seiner Ankunft schon unterrichtet worden. Glücklich hielt er Ottilia nach zehn Jahren Abwesenheit in seinen Armen. Mit freudigem Staunen hörte sie die wundervolle Erzählung seiner Befreiung und Bedingung, unter der sie zustande kam. Sie hatte nichts gegen die Zweitehe und war glücklich, dass Prinzessin Melech Salah ihren Mann zurückgebracht hatte und rief, sie soll mir herzlich willkommen sein, dein zweites Weib, meine erste Freundin. Im äußeren Burghof ist das Brunnenhaus mit dem 1651 angelegten, 93 Meter tiefen Brunnen sehenswert. Er ist Zeuge der Arbeitsleistung unserer Vorfahren. Mit einer einfachen Fördereinrichtung, einem Drehdraht wurde das lebensnotwendige Wasser aus der Tiefe geholt. Eine Dienstmagd und ein Bernardiner Hund mussten diese harte und zeitraubende Arbeit verrichten. Seit 1913 allerdings summt ein Elektromotor im Brunnenhaus und übertönt die sonst hörbare Melodie des Wasserzuflusses. Wer die Gelegenheit findet, dem silberhellen Plätschern zu lauschen, dem ist es, als höre er daraus die Worte aus einer Brunnenanrede. Labt euch vergnügt an mir, ihr meine werten Gäste, und fürchtet euch oben nicht, denn ich stehe unten feste. Ja, nun möchte ich mich schon so ganz langsam von euch verabschieden. Ihr habt jetzt sehr viel Spannendes zur Geschichte der Burg erfahren. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!